Hallo. Ihr da, ich habe ein paar Fragen an euch. Ihr wart doch in Saartal, nicht wahr? Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Äh, vielleicht der Typ ist mir irgendwie nicht ganz geheuer. Das ist mir durchaus bewusst. Bitte beleidigt nicht meine Intelligenz. Teuf dir ist also immer noch dort? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. Der Typ ist einer von den Talmoor. Wie mir seine Ohren und sein Aussehen verraten. Er ist mir noch weniger geheuer jetzt. Äh, und was geht euch genau das an? In Saartal wurde etwas gefunden, das wichtig genug ist, dass Teuf dir ein neues Mitglied der Akademie allein losgeschickt hat, um es zu melden. Wenn das nicht etwas ist, das jeden etwas angehen sollte. Besonders mich. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Okay. Oh, Bücher schrank. Nein, ich will nicht weiter runter, oder? Oder will ich weiter runter? Hallo der Elemente! Oder nicht? Nee, hier ist es richtig. Ähm, ja. Verzauberung habe ich immer noch nicht auf Level 100 gebracht. Oh Mann, ich vergesse es immer wieder. Das nächste Mal werde ich absichtlich in Weißlauf passieren, dann werde ich verzaubern und ich verspreche es euch, dass ich es dann nicht mehr vergesse. Also, ich hoffe es, dass ich das Versprechen dann noch halten kann. Oh, da ist das Pferdl. Das Pferdl. Also, jetzt können wir schon schnell reisen. Wo ist denn dieser Typ? Festung Dämmerlicht. Nö. Wo ist denn das genau? Oh, okay. Da können wir theoretisch von Weißlauf her hinlaufen. Manche glauben, dass Wehrwolfe über die Argelosen herfallen, wenn die Nacht über Himmelsrand hereinbricht. So, nicht ganz richtig. Wir sind ja dasselbe Wehrwolf. Ich nutze die Macht zum Beispiel quasi ausschließlich dazu, dass es teilweise nicht so langweilig wird und teilweise ist es deutlich leichter. Ach so, oh Gott. Renn, renn, renn. So sind wir doch deutlich schneller als per Fuß. Als per Penis. Äh, per Penis. Ja. Das ist übrigens wirklich nicht absichtlich. Ja, hier, hier haben wir vorher die Typen besiegt. Da ist schon ein Säbelzahn. Katzerl. Dem gehen wir jetzt aber einfach mal aus dem Weg. Ich brauch nicht noch mehr Ärger. Hab ich schon genug am Hals. Aber es werden hier sicher wieder Wölfe oder so'n Kack kommen. Oder, oder doch muss ich ebelzahn. Katzerl. Fünf. So. Miss ausschließlich. Also. Nur dieser Gegenstand ist nicht ausreichend geladen. Aber wir sollten mal öfter die Seelenfalle benutzen. Wir haben auch hier noch einen Kopfgeilbrief. Erinnere ich mich auch noch. Moment. Was wollte ich jetzt noch gleich? Ah ja. Neuladen. Edui. Hatten wir nicht irgendwas Geiles hinzugefügt bekommen? Ein gewöhnlicher Seelenstein. Okin. Starb des Magierlichts. Eine Lichtkugel. Nehmen wir mal eine Krückelheiste. So. Aufsteigen. Hopps. Und. Feuer nehmen. Weil Feuer macht Damage. Eis macht nur Einfrierung. Was nicht so das wahre ist. Nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an. Es geht da hoch. Und ich hoffe ich nehme mir wichtig an. Ah da ist schon wieder irgendein Oischloch. Oh wir können vom Pferd aus kämpfen. Geiler Scheiß. Oh kacke. Ein Drache. Welcher Drache hat Lust. Oh. Du bist jetzt nicht feindlich, oder? Ihr da. Bitte. Ihr müsst mir helfen. Ich wurde von einem Vampir angegriffen. Habt ihr einen Trank oder etwas ähnliches, das mich heilen kann, ehe ich mich verwandle? Ich habe einen Heiltrank gegen Krankheiten. Gerne. Habt ihr keine Angst etwas in Brand zu stecken? Nein eigentlich nicht. Also weiter. Jetzt ohne Schattenmähne, oder? Wie weit ist es noch? Ja. Das ist stügelig. Ja. 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 Voll klar. Ja. So lade. Wo ist hier die Festung? Speichern das nicht sicher wieder Banditen oder so'n Scheiß? Festung, der mal nicht! Wer will was auf die Fresse? Du willst was auf die Fresse, glaube ich. Oh, Feuerhautro nach mit Feuerbeschwören, äh, mit Feuer zu töten ist, glaube ich, keine so sinnvolle Idee. Das war's mit dem. Feuersalze, das ist gut. Okay, da müssen wir rein. Oh, nee. Wer jetzt noch? Wer ist der Typ? Ah, schauen wir ob dieser... Novize! Wo ist er? Da? Ja. Was, äh, dabei hat Nierenwurz. Ja, nehmen wir mal mit. Ja, das brauchen wir nicht. Lehrling, naja. Tschüss. Glaubt ihr habt eine... Schuss. Ja, ich glaube ich habe eine Schuss. Kleiner Seelenstein. Stab des Frostbisses. Ah, der hat Gewicht, Mann. Äh, was macht denn dieser Stab von Jürwig? Äh, Magierlicht. Ja, Magierlicht braucht man nicht. Ja, nehmen wir lieber den hier mit. Und tun den in die Favoriten. Und probieren wir ihn gleich mal aus. Am erstbesten Gegner, den wir finden können. Hopp. Es wäre hier wie ein Portal so Stiefelgeil, wo man jeden Fallschaden überlebt. Wäre mal, glaube ich, ein bisschen Overkill. Also rein da. Heuer, Kerker. Also. Das wird wieder ein Dungeon. Ich habe es doch befürchten. Sekunde, kurz katzen. Also, jetzt geht es weiter. Frostbissstab. Ich will dich ja nicht was ausprobieren. Okay, hier steht alles unter Wasser. Hier ist eine Bärenvolle. Noch eine Bärenvolle. Und Ziegenkäse. Mh, Ziegenkäse. Hatte ich gerade zum Abendessen. Alter, der ist ja ziemlich geil. Ah, Frostbissgift. Hä? Ist hier noch eine Spinne? Oh, hier. War eine Spinne. Ja, komm schon. Alter, kleine Arschgesicht. Ich nicht, aber er. Zauberforcebiss kennen wir schon. Zauberdruck zu zerstören. Ich hasse dich. Ich, wer braucht den Krempel denn? Eine Falle. Für diese Pfeile hier. Nicht drauf treten. Oder doch. Tritt voller Kanne drauf. Sechs wollten wir doch machen. Äh, nicht falsch verstehen. Nicht falsch verstehen. Wo seid ihr? Ja, ich weiß ja nicht einmal, wo ich bin, oder? Wie soll ich dann wissen, wo du bist? Und dich, Geschwäge, dann anreffen. Ah, hier. Ich habe schon übrigens überlegt, ob ich mich nicht zu so einer Art Dieb umskillen möchte, weil man dadurch so tun extrem leicht aufkriegt. Ich habe einen Cheat-Charakter und mit dem mache ich das immer. Ah, Lydia. Alter, geh aus dem Weg. Oh ja, ich weiß nicht, wo du bist. Sag mir, wo du bist, wenn du kriegst deine. Ah! Oh, Mann. Kommt schon. Haha. Wow, wow, wow. Wow. Wow, wow, wow. Am besten wir futtern mal was. Hm, so richtig. Mitten unter dem... Habe ich gerade Menschenfleisch gerichtet, oder sowas? Warum ist kein Seelenstein groß genug? Lösche. Fallwurzel. Hm. Also, da braucht man nicht. Bier braucht man nicht. Geldbeutel. Kaum gelegen. Das für einen Moment. Verbessert das irgendwas? Nein. Also, nehmen wir es nicht mit. Da verbessert das irgendwas? Nein. Hm. Hut. Ja, ganz klasse. Kleidung. Ja, ganz schön. Hm. Da ist jemand drinnen. Bist du werböser? Aus dem Weg. Ein Vampir, Alter. Hier ist niemand drinnen. Hier ist jemand drinnen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber vielleicht helfen die uns. Ich habe keine Ahnung. Ja, hier, hier war es. Nein. Hier war es. Ja. Okay, die helfen uns tatsächlich gegen diese Typen. Feuermage-Novizen. Kennst du mich mal? Ja, du ergibst dich, Alter. Dass ich nicht lache. Äh, Vampirmeister. Vampir. Ja, ja, mach du mal. Tralala. Macht der was? Neb. Aber der ist nacherzählt. Das vielleicht gar nicht. Hat der... Ja, der hat... Ja, gewöhnt. Ja, aber... Ja, aber... Vampirmeister. Oh, da ist das Salz. Halt. Die. Fresse. Ah, ein Katschiet. Hm. Ah, da ist noch ein Katschiet. Ja, verpiss dich. Hey. Oh, scheiße. Okay. Bucht er die da? Ah, Mann. Warum hat dir denn niemand was... Ah, das hört sich doch schon besser an. Also. Ah, großer Stellenstein. Irgendein Pilz oder sowas. So, ich... Es bringt aber, glaube ich, nichts, wenn wir gegen... ...diese... ...Menschen hier kämpfen, weil die haben... ...einfach zu viel Energy. ...Menschen hier kämpfen... ...Menschen hier kämpfen. ...Menschen hier kämpfen. ...Menschen hier kämpfen. ...Menschen hier kämpfen.